Hallo und herzlich willkommen zu unserer Let's Player Hotel. Es geht hier mal weiter, aber die Reiter und ja, wir wissen ja schon, wie wir so hier tun müssen. Hier ist ein Switch, haha, haha. Ja, Let's What, haben wir ja erfolgreich verkackt. Ähm, letzter Dock up, hier ist okay, diesmal werden wir ihnen zugegeben nicht so lange fetten, weil wir wissen ja schon, was passiert, also... Fuck. Man bin nicht blöd. Ähm, deswegen passt das schon so, glaube ich, auch nicht mal. Tut mir leid. Okay, 0 Gold und wir hätten vielleicht doch ein bisschen länger fetten sollen. Sorry. Ah ja, Geld ist ja auch nicht alles. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das Video aufticken möchte, weil... ja, das wäre eigentlich schon... So, dann kommen jetzt unsere zwei Kollegen. Ich weiß noch nicht mal, was das mit auf sich hat, also wenn das eine andere Spielung ist, verstehe ich sie nicht. Aber ich bin doch blöd. Vielleicht brauche ich ja mal ein paar Stunden, um es zu checken. Da, 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 da... Hm, yes, that weird smell. It makes me want to eliminate. Eliminate you. Okay, Toggy, das ist heute. Jetzt wissen wir ja, was wir so tun müssen. Ja, roll uns einfach mal around. Oh ja, man, jetzt riecht ich wie ein komischer Papi. Mom, don't touch my heart. Don't touch my heart. I mean me, ja, das glaube ich fuck zu spät. Ah, haha. Das ist echt assis, ne? Ähm, ja, dann riecht es nochmal. After rolling the dirt, you smell all white. Hm, what smell like a... actually a little puppy. Oh Gott, Hunde. Ah, da, 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 da. Ich bin gar nicht da, oh Gott, das wirklich... Hui, ja, dann petten wir mal. Wow, pack by another part, wanna not mehr, oh... Ne, du kommst ja da nicht ran. Oh Gott, oh Gott, oh töte mich. Oh nein, du tust nicht, aber fucking töte mich. Hui, ha, jetzt hab ich es raus. Okay. Der Docks think that you may be, das ist doch für sie. Achso, ne, erstmal sie hier auch noch. Ich hätte mal, also sie. Petten. Warte, wo ist mir? Ja, du hast doch gerade im Nest. Bin ich da? Nö, nö. Der Docks' Mines have been expanded. Okay, nice. Dann können wir jetzt endlich Mercy zeigen und sparen. You won! 40 Gold, geil. Okay, das war interessant. Ja, okay. Geh ein Geschenk. Ach du Scheiße. Was dies? Vielleicht soll ich nicht erstmal da auftreten, sondern erstmal nicht das Schild lesen. Ich bin ein Schild. Turn every X into an 0, then press the switch. How do I do this? Ja, auftreten. Ah. Hö? Hö? Ja, hallo. Okay, wir ändern euch das Dreieck jetzt wieder. Ähm. Ach so. Okay. Okay. Ich dachte jetzt, oh Wunder, scheiße, jetzt habe ich es verkackt. Oh, hallo. Ach, how did y'all write my trap? And more importantly, is there any left for me? What do you tell Papyrus about his spaghetti? Äh, ah, ich hab Star gelossen. Äh, really? Rory, you resistest the flavor of my home-cooked pasta, just so you could share it with me? Fret not human, I, Master Chef Papyrus, will make like you all the pasta you could ever want. Hehehehe, meow. Okay. Ja, aber das war's the first problem. I guess. Hey. My brother started a shock, äh, shock collection recently. How saddenly? Sometimes I wonder, what he would do, without such a cool guy taking care of him. Hehehehe. Okay, sind wir jetzt cool? Okay. So, ein guter Zehn. Okay. Ja, dann sind wir jetzt wohl cool miteinander. Hi. Pff. Oh. Ha, ha. You, man. Ähm, how do I say this? You were taking a long time to arrive, so I decided to improve this puzzle, by arranging the snow to look more like my face. Unfortunately, the snow falls to the ground. Now the solution is different, and as usual, my lazy brother is nowhere around. I suppose what I am saying is, were you not human? Aye, the great Papyrus will solve this conundrum. Then we can both proceed. Meanwhile, feel free to try that puzzle yourself. I'll try not to give away the answer. Das ist nett, wahrscheinlich sitzt hier. Derebex and donsivor. Aha, 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 aha. Okay. Kommen wir zu einer Stelle, wo ich wahrscheinlich etwas länger brauchen werde. Scheiße. Hm, 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 hm. Hm. Gute, verdammte Frage. Wie gehen wir das denn mal hier am besten an? Ich habe mich eben nicht weitergehen lassen, und ich war kurz für eine Sekunde verwirrt. Ähm. Boom, 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 boom. Fuck. Die Idee war nicht schlecht, die Umsetzung war kacke. Äh, fuck. Hm. Ja gut, das war es schon mal nicht. War der Ansatz schon mal richtig? Ich muss gerade überlegen. Ach, kacke, das kann dauern. Ich bin echt ein bescheuertes Stück in so alles mit Sachen. Dubby Dub Drops. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob die, na, na, da müssen wir, glaube ich, rauskommen, oder? Ähm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Das kann jetzt dauern. Okay. Vielleicht einfach doing trial and error. So, dann haben wir das hier schon mal. Okay, gehen wir weg. Ähm. Vielleicht müssen wir dieses eine X hier einfach einzeln machen. Hm, wie könnte man das jetzt tun? Tuten tun. Wenn Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Ähm. Hm. Ja, fuck. Das ist echt, äh, jetzt gerade ein bisschen blöd. Nein, ich habe doch noch wisettet. Na gut, habe ich noch nicht so viel gemacht. Tup, tup, tup. Ich meine, stimmt, wir können es eigentlich jederzeit wisetten. Hm. Warte mal, das ist doch gar nicht so einfach. Was stellt mich denn so blöd an? Wow. Oh mein Gott, erschieß mich doch bitte. Habe ich jetzt erst auf diesem Line-Underfilm genommen. Okay, das ist, ähm, das ist peinlich. Das gebe ich zu. Yay. Wow, you solved it. And you did it all without my help. Incredible. I'm impressed. You must care about puzzles like I do. Well, I'm sure you'll love the next puzzle then. It might even be too easy for you. Nee, 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 nee. Wow, die Lösung ist ja doch so simpel. Dann, wow. Hi, Sans. Good job on solving it so quickly. You didn't even need my help. Which is great, because I love doing absolutely nothing. Ja, ich merke schon. Okay, hier ist nichts. Hier ist einfach nur da. Sehr gut. Oh. Hey, it's a human. You're gonna love this puzzle. It was made by the great Dr. Alfis. You see these tiles? Once I throw this switch, they will begin to change color. Each color has a different function. Red tiles are impossible. But you cannot walk on them. Yellow tiles are electric. They will electrocute you. Green tiles are alarm tiles. If you step on them, you will have to fight a monster. Orange tiles are orange scented. They will make you smell delicious. Blue tiles are water tiles. Swim through if you like. But if you smell like onions, the piranhas will bite you. Also, if a blue tile is next to a yellow tile, the water will also zap you. Purple tiles are slippery. You will slide next to the tile. However, the slippery soap smells like lemons. Which piranhas do not like. Purple and blue are okay. Finally, pink tiles. They don't do anything. Step on them all you like. How was that? Understand? Of course. Great. Then there's one last thing. This puzzle is entirely random. When I pull the switch, it will make a puzzle. That has never been seen before. Not even I will know the solution. Neh, can get ready. Okay. Epilepsie war, ne? Alles ist rot. Okay. Ich mein, alles ist rot. Ich kann da nicht... Achso, doch... Ach nee, das ist die rosa. Achso, das ist die rosa. Oh, nice. Actually, that spaghetti from earlier. It wasn't too bad for my butter. Since he started cooking lessons, he's been improving a lot. I bet if he keeps up next year, he'll be even make something eatable. Wow. The machine isn't working. Ja, so der war schon. Okay, das ist... Okay, ich dachte, das wäre rot. Okay. So viel dazu. Das war echt ein tolles Ritz. Ich hatte jetzt echt schon Angst, dass es ein bisschen kompliziert wird. Hey, wer bist du denn? This dog is starving, blanking into us, into the snow. Waiting for it to turn into arts. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Okay. Was gibt's hier vorhin? Und der floor inside ist der Box of... Pomer... Pomer... Pomeraisens. Was ist das? Ähm... Pomeraisens. Ähm... Boah, das sagt mir was. Aber ich google es. Ha. Ich wollte noch ein anderes Wort gucken. Voll verkackt. Ähm... Pomeraisens. Ja. Keine Ahnung. Findet er gerade nicht. Gut. Pomerulunda wahrscheinlich. Nein, keine Ahnung, was das ist. Ähm... Das werde ich diesmal tatsächlich mal googeln. Okay. Geht's weiter? Was ist hier los? Are we off dog? Please pet dog. Ah, wo ist dog? Ich will petten. Kann ich den hier unten petten? Äh... Hm. Oder... Verwinde ich hier. Der dog considers himself an artist, but doesn't ever know what to create. It probably doesn't help that its brain is the size of a piece of a cable. Okay. Vermute ich nicht. Oh nein, nun soll ich petten, aber er ist nicht da. Na gut. Dann will ich eben sagen, hier ist ein Speicherpunkt und ich speichere es mal. Knowing that dog will never give up trying to make the perfect snow dog. It fills you with determination. Safe. Stockhouse. Okay. Tja, wie gesagt, dann ist hier ein magischer Speicherpunkt. Das speichert uns und ich mach erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Part von Allertale wieder. Ich hab mir's euch gefallen. Bis dahin. Viel Spaß noch mit anderen Videos und ich weiß gar nicht, was ich euch noch sagen will, weil ich bin dumm. Bis dann. Tschüss.